Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Jump League. Ja, die letzten Folgen sind vom PvP-Part ja eigentlich relativ gut sogar. Die letzte Folge zum Beispiel war echt ganz nice, aber dass dieser Typ die ganze Zeit nur auf mich gegangen ist, ist echt behindert. Vielleicht glaub ich mir das auch nur eingebildet, kann sein, weiß ich nicht. Aber es hat trotzdem genervt. Und zwar sehr. Weil er halt echt die ganze Zeit da war, wo ich war. Und wieso packe ich dieses Jump'n'Run hier nicht? Es ist so ein einfaches Jump'n'Run eigentlich. Weil du die ganze Zeit nur, ja, die gleichen Jumps hast an sich. Oh, danke. Das kenne ich auch noch irgendwoher, das Jump'n'Run. Hatten wir das schon mal oder habe ich das wieder irgendwie in einem anderen Video gesehen? Irgendwem. Ich hoffe. Oder, ich weiß es nicht. Ich hoffe? Warum ich hoffe? Ach, keine Ahnung. Wow, wir haben ein super tolles Equipment bekommen. Wow, wir haben einen super tollen Jump gefehlt. Der war ja eigentlich mega easy. Was war das schon wieder von mir? Oh Gott. Okay. Ich bin still. Vielleicht klappt das dann ja besser. Jetzt sollte ich echt nicht so viel reden. Vielleicht klappt das echt dann besser. Okay, ich bin mal jetzt kurz still. Ein paar Minuten. Hä? Was war das denn? Wow, okay, Leute. Das war richtig gut von mir. Findet ihr nicht auch? Das war doch, das war doch, oh mein Gott. Das war wundervoll gerade. Warum habe ich da gerade festgehangen? Okay, manchmal wundert mich das hier aber auch, dass ich echt manchmal einfach in der Luft stehen bleibe oder hängen bleibe oder an einem Block einfach so hängen bleibe. Wieso choppe ich denn da so weit? Okay. Aber es hat geklappt, als ich still war. Vielleicht sollte ich das öfter machen. Hä? Danke. Nicht so super tolles Equip. Oh. Nein. Oh Mann, das war doch ein einfacher Jam. Warum fail ich den denn schon wieder? Das ist doch nicht dein Ernst. Ich hasse mich manchmal für solche Mega-Fails, die einfach eigentlich nicht gefailt sein dürfen. So wie das hier gerade. Warum? Doki, geh mal krepieren. Oh, ne Witz. Was ist denn los mit dir? Oh. Okay. Das ist nicht... Dein Ernst? Was war das denn? Ich bin schon wieder in der Luft hängen geblieben. Könnt ihr mir mal erklären, wie das kommt? Also wie das zustande kommt, dass man einfach in der Luft hängen bleibt? Ist man zu schnell für... Also, ich weiß nicht. Zu schnell vielleicht, dass das nicht in der Herke laden kommt? Man bleibt deswegen in der Dings hängen? In der Luft? Ich weiß es echt nicht, deswegen. Deswegen würde mich das mal interessieren. Endlich habe ich dieses Modul geschafft. Das war Modul 3. Heilige Kacke, Alter. Das war Modul 3. Dass wir das jetzt erst geschafft haben. Es ist so... Dumm eigentlich. So richtig dumm. Oh Mann. Ja, das Modul ist ja noch relativ einfach. Wäre ich dir jetzt runtergefallen, ne? Ich habe mich geschlagen. Okay. Okay. Oh, solche Wassersprünge hast du dich erst recht, ne? Das ist... Das ist die... Das ist das Schlimmste. Habe ich das schon mal erwähnt? Da habe ich schon mal irgendwann gesagt, dass irgendwas das Schlimmste ist. Dann nehmt das nicht ernst. Das... Wassersprünge sind das Schlimmste. Die hasse ich wie die Pest. Okay. Aber jetzt langsam wird's. Okay. Hätte ich nicht sagen dürfen. Oh nein. Nicht Wassersprünge. Ich hasse Wassersprünge. Hä? Da... Was? Wow. Ich bin begeistert von mir. Alter Schwede. Okay, diese Wassersprünge gehen sogar noch. Hua. Okay. Okay. Bin ich da grad... Was? Bin ich da grad echt hängen geblieben? Warum bin ich da denn hängen geblieben? What the fuck? Ich glaub, ich nehm den Glasweg. Sieht mir einfacher aus. Ja, ist einfacher. Wie viele... Oh man. Dass die das auch immer so wow machen müssen. So total... Das war... Was war das? Mann. Okay. Das wird unser Todesmodul werden. Ne, ich nehm das... Ich nehm den Weg. Ein Wasserjump weniger. Okay, das haben wir. Hä? Okay. Das haben wir auch. Nicht dein Ernst. Alter. Das ist... Deswegen hasse ich Wasserjumps. Eigentlich. Also, ja. Gut. Das macht eigentlich keinen Sinn, deswegen Wasserjumps zu hassen, dass ich weiterspringe, wenn ich auf dem Block lande. Aber okay. Es ist einfach echt zum Kotzen, diese Sprünge. Sie sind so langweilig und so ätzend. Keiner mag diese Sprünge. Warum bauen die so ein ganzes Modul damit? Oh, Mann. Wenn jetzt einer in die Kommentare schreibt, ich mag Wasserjumps, dann... Ne. Hör auf. Mach es nicht. Mag es nicht. Okay. Gut. Ich weiß noch nicht, was hier jetzt der Unterschied ist. Warum ich hier... Ah, warte. Das ist ein weiter weg. Okay. Danke. Danke. Oh, danke, lieber Gott. Oh, danke. Ich habe dieses Modul endlich geschafft. Endlich bin ich von dieser Qual befreit, Wasserjumps zu machen. Oh, das sind Leitersprünge ja sogar noch besser. Wo muss ich lang? Ach, da. Oh, Mann. Ist denn da hochgerannt? Wow. Und ein Eisenhelm. Das ist... Ja, gut. Okay. Das ist... Ja, das ist eine relativ gute Teil. Das kann man hier... Oh, nee. Ich wusste, dass ich diesen Jump failen werde. Zack, zack. Zack, 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 zack. Wir haben keine Schuhe, oder? Alter. Wir haben so fucking Waffen. Oh, kacke. Da ist einer. Okay. Gut. Kompass zeigt noch da. Okay. Hier ist einer. Gespawnt. Cool. Komm her. Neh mich, neh mich. Da sind noch zwei, okay. Ich mache hier gar nichts irgendwie gerade. Ist hinter mir echt gerade noch einer gewesen? Dein Ernst? Verpisst euch doch von mir. Ist einer hinter mir? Ja, ist einer hinter mir. Oh, nö. Mann, verpiss dich. Boah, ich hatte gar nichts rausgenommen. Wow, cool. Wo ist denn der Typ? Wie lang? Zack. Komm her. Das ist nicht so in Ernst. Danke. Wow, alter. Hey, hey. Nice. Okay, der hat super tolles Equip gehabt. Okay, komm. Ich habe C gedrückt. Das und das. Okay, wo ist er? Das ist jetzt der letzte Fight. Wie viel Feuer da einfach mal liegt? Da ist er. Ich habe ihn gesehen. Komm her. Schnucki Pups. Ich kriege es. Nice. Ah, das erste Mal PvP gewonnen. Uh, schön. Ich bin stolz auf mich. Ah, geil. Finde ich gut. GG. Okay, Leute. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.